Hallo zusammen, wenn ihr einmal außerhalb eures Wohnzimmers musizieren möchtet, braucht man neben dem Keyboard noch eine kleine Verstärkeranlage und ich empfehle auch ein Mischpult, einen Mixer, wie die Musikanten sagen. Ich habe mich für den Mixer, der hier so unauffällig neben mir steht, von Yamaha entschieden und zwar den MG10XU. Die 10 steht dabei für 10 Eingangskanäle, das X weist auf die Effektabteilung hin und das U steht für den USB-Anschluss. Das Gerät bekommt ihr derzeit schon für unter 200 Euro bei eurem Händler oder im Internet. Die ersten vier Eingänge sind sogenannte Kombi-Eingänge. Man kann also wahlweise XLR-Stecker oder Klinkenstecker verwenden. Die XLR-Stecker sind die typischen Mikrofonkabel. Die Klinkenstecker verwendet man meist für Instrumente. Ich habe in den ersten Eingang ein XLR-Mikrofonkabel eingesteckt. Mein Yamaha-Keyboard schließe ich meistens im Eingang 5-6 an. Während in den ersten vier Eingängen ein 3-Band-Equilizer zur Verfügung steht, also Höhen, Mitten und Bässe, muss man sich in den Stereo-Eingängen 5-10 mit einem 2-Band-Equilizer begnügen. Also nur Höhen und Bässe. Für die Eingänge 5-6 habe ich auch die Möglichkeit, Cinch-Stecker zu verwenden. Hier kann ich zum Beispiel sehr gut mein iPad anschließen. Mit diesem Knopf kann ich bestimmen, dass der Stereo-Kanal 9-10 auch als Stereo-Signal direkt zum Computer sendet oder ein Stereo-Signal direkt vom Computer per USB-Kabel aufnimmt. Nochmals zu den Eingangskanälen 1-4. Jedem dieser Kanäle kann ich einen Hochpass-Filter zuschalten. HPF. Dieser Filter senkt Frequenzen unterhalb von 80 Hz ab. Insbesondere Trittgeräusche, wie sie schon mal entstehen, wenn man neben einem Mikrofonständer steht und etwas rumtrampelt, kann man damit absenken. Mit dem PET-Schalter wird einfach die Lautstärke des Eingangssignals deutlich abgesenkt. Der Gain-Regler ist für das Eingangssignal zuständig. Diesen Regler drehe ich nur so weit auf, dass das Lämpchen Peak jeweils hier unten nicht aufleuchtet. Aufleuchten dieses Peak-Signals bedeutet, das Signal ist übersteuert und verzerrt. Für die beiden ersten Mikrofoneingänge stellt Yamaha als besonderes Highlight noch einen Kompressor zur Verfügung. Damit können Lautstärkeschwankungen beim Sprechen und Singen ausgeglichen werden. Der Drehregler FX führt das Eingangssignal dem Effekt, zum Beispiel dem HAL, zu. Mit dem PAN-Knopf kann ich das Ausgangssignal entweder zentral oder mehr nach rechts oder links schicken. Bei mir stehen die PAN-Knöpfe grundsätzlich immer auf zentral, also auf Mitte. An Ausgängen steht mir ein Stereo-Ausgang, wahlweise als XLR oder als Klinkenstecker zur Verfügung. Zudem kann ich das Signal auch an einen separaten Monitor-Lautsprecher schicken. Die Lautstärke hierfür lässt sich separat einstellen. Gesamtsumme und Monitor. Über den Effektausgang kann ich das Signal an ein zusätzliches Effektgerät senden. Das habe ich in der Praxis allerdings noch nie benötigt. Ich komme mit den internen Effekten hervorragend aus. Mir reicht, um ehrlich zu sein, der HAL-Effekt. Die Effekte sind in der aufgedruckten Liste aufgeführt. Das sind also 24 Effekte. Mit dem schwarzen Drehknopf wähle ich die Zahl des Effekts und dann drücke ich auf den Knopf. Man hört ein deutliches Klicken und schon ist der Effekt gewählt. Mit dem darunter befindlichen Drehknopf kann ich die Stärke des Ausgangssignals wählen. Der Gesamtlevel des Effekts wird mit dem unteren Regler eingestellt. Mit diesem Taster kann ich den Gesamteffekt an- und ausschalten. Das kann ich allerdings auch über einen Fußtaster machen, den ich hier oben anschließe. Ich gebe einmal etwas HAL auf mein Mikrofon. HAL ist gesendet. Hier oben geht der HAL ein. Das ist der Effekt und die Stärke. So müsste es jetzt etwas mehr klingen. Etwas weniger. Und mit diesem Schalter schalte ich den Effekt komplett aus. An der Rückseite habe ich das USB-Kabel angeschlossen. Es ist bei diesem Mixer möglich, das Audiosignal wahlweise an einen PC oder das iPad zu senden oder von dem PC ein Computersignal zu empfangen. Der Mixer kann also auch als Audiointerface verwendet und so in eine DAW, also in eine PC-Aufnahme, eingebunden werden. So spare ich mir auch noch den Kauf eines separaten Audiointerfaces. Dem Mixer liegt übrigens ein Gutschein bei, mit dem man sich dieses professionelle Programm Cubase downloaden kann. Also für diesen Preis eigentlich ein gigantisches Zubrot, was man mitbekommt. Für den Preis von unter 200 Euro erhält man ein hervorragend verarbeitetes Mischpult, das für den Alleinunterhalter auch für eine kleine Band vollkommen ausreicht. Die Effekte klingen tadellos. Zudem kann man den Mixer als Audiointerface für das Homerecording nutzen. Also zusammenfassend von mir eine ganz klare Kaufempfehlung.